Leni Klum ist gerade erst neben Mama Heidi auf dem Cover der deutschen Vogue richtig groß rausgekommen und seither gefragter denn je. Einer großen Karriere als Model steht also nichts mehr im Weg. Doch was sagt ihr Opa Günther Klum zu dem Werdegang seiner 16-jährigen Enkelin? Immerhin ist er Chef der Modelagentur One 1 Fab Management. Gegenüber Gala sprach der 75-Jährige nun über den neuen Ruhm der nächsten Generation und verriet direkt, dass es für ihn nichts Neues war. Für mich war das keine Überraschung, da ich schon seit längerer Zeit weiß, dass Leni Spaß am Modeln hat. Ihr Cover auf der wichtigsten Modezeitschrift der Welt ist sehr gelungen und macht meine Frau und mich stolz, verriet der Vater von GNTM-Chefin Heidi Klum. Ob Leni aber beim Modeln bleibt oder sie doch einen anderen Weg einschlagen wird, da ist sich Günther Klum noch nicht sicher, wie er gestand. Doch schon jetzt weiß er, wie Leni es schaffen kann, Karriere zu machen. Dafür braucht es seiner Meinung nach vor allem einen richtigen Umgang mit den sozialen Medien. Modeln ist heute nicht einfach nur Modeln. Man muss auch Influencerin sein, andersherum müssen Influencer auch Modeln. Mit dieser Kombination wird Leni jeden Job meistern. Einen wichtigen Tipp gab der stolze Großvater von Leni Klum ebenfalls noch mit auf den Weg. Mein Rat an Leni ist, bleibe dir selber treu und gehe deinen Weg. Bei so viel Unterstützung von ihren Großeltern und auch ihrer Mutter, Supermodel und GNTM-Chefin Heidi Klum, steht Leni Klum offenbar eine große Karriere bevor. isch Däunfrau